Ich weiß wahrhaftig nicht, ob du so ungeschickt bist oder ob du alles nur absichtlich und zum Trotz machst. Dein Vater hat mir eine schöne Erbschaft hinterlassen. Jetzt bin ich ja die Herrin und du bist die Magd, nicht sonst. Versorg also den Herd und kümmere dich um die Asche. So, so. Unser Aschenbrüde! Unser Aschenbrüde! Ja! Ja! Ich werde sie an ihrem Tanzschuh erkennen. So, so. Ich bin Somebody, Partner. So, so. Vielen Dank.